Bodha, Basoka Asana, auch genannt Bodha Sokasana, ist ein Asana im Hocken, welches hilft, tief nach innen zu gehen. Ausgangsposition ist die Hockstellung mit Fußsohlen auf den Boden. Wenn möglich, ist das Becken oben und die Fersen auf dem Boden. Als Variation, wenn du nicht so flexibel bist wie Svenja, könntest du auch die Fersen oben halten oder dich aufs Gesäß setzen. Dann gibst du die Unterarme um die Schienbeine in der Nähe der Knie herum, kreuzt die Unterarme, fasst dann mit den Händen um die Knie herum und so bist du in Bodha Basoka Asana. Jetzt kannst du noch das Kinn auf die Knie geben und zur Nasenspitze hinschauen. Dieses Asana hilft, nach innen zu gehen, zur Ruhe zu kommen und auch zum Beispiel, wenn du in einer gewissen Trauerphase bist, diese Trauer in der Ruhe zu erfahren. Bodha Basoka Asana ist eine sehr gute Stellung zur Flexibilität von Fußgelenken, Kniegelenken und Hüftgelenken. Eine gute Stellung, um die Bauchorgane zu massieren und um zur inneren Ruhe zu kommen. Bodha heißt erwachen, heißt auch wissen und verstehen. Wo Basoka herkommt, ist nicht genau erkennbar. Vielleicht gab es auch einen Meister, der hieß Bodha Soka oder auch Bodha Basoka. Bekannt ist es nicht. Mehr Informationen über dieses und andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Herk designed auch erwapore. Okay. Vor glory.